Moin Zocker, morgen ist es soweit. Morgen 0 Uhr am 29.08.2018 können wir endlich Firewall bei uns auf den PSN-Servern spielen und ich bin schon echt gehypt. Ich freue mich echt wie Bolle. Das wird auf jeden Fall ziemlich geil, mit den ganzen Leuten zusammen zu zocken. Wir sind jetzt schon in der Community, haben wir glaube ich schon, keine Ahnung, 10 Teams zusammen. Wir sind bei Firewall Zero Hour German Community vom Suicidal Burner. Der hat sie erstellt. Schönen Dank nochmal und schöne Grüße. Ich freue mich drauf, wenn wir dann zusammen zocken und das Spiel dann austesten. Ich werde natürlich versuchen, möglichst viel Filmmaterial dann noch zu capturen und euch das Spiel dann nochmal nahe zu bringen und einfach mal zu zeigen, wie das geht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall das meist erwartetste PSVR-Spiel, zumindest 2018. Und weitere werden folgen, aber das ist auf jeden Fall der erste Shooter, der erste Shooter, der so richtig knallt. Und ja, wie gesagt, es dauert nicht mehr lange. Noch ein Tag, zwei Stunden und 25 Minuten. Das ist überschaubar. Amerika wird heute anfangen. Da werden wir schon ein bisschen Gameplay wahrscheinlich im Netz dann zu finden und schon wahrscheinlich die ersten Taktiken zurechtlegen können. Wollen wir mal sehen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Reingehauen. Ciao. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld.